Plastik rettet Zukunft. Denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Plastik nachhaltig zu machen. Und das schaffen wir mit dem Pilotprojekt der nachhaltig verpackten Schulmilch. Wir verwenden AirPad-Becher. Das Air steht dabei für Recycled. Die Becher sind recycelbar, unbedruckt, ohne Weichmacher, 100% sicher im Lebensmittelkontakt und haben dank reduziertem Materialeinsatz einen kleineren CO2-Fussabdruck als die bisherigen Becher. Dadurch schneiden sie in der CO2-Bilanz sogar besser als Glas ab. Denn im Vergleich zu Glasflaschen haben AirPad-Becher einen geringeren Energieverbrauch bei der Herstellung, ein geringeres Gewicht und benötigen weniger Energie bei der Reinigung. Aber nicht nur das Material, sondern auch der Recyclingkreislauf macht die AirPad-Becher zur besseren Alternative. Schulmilchbauern füllen ihre Produkte in den AirPad-Bechern ab, beliefern die Schulen und nehmen die gebrauchten Verpackungen wieder zurück. Die gebrauchten Becher werden geschreddert, recycelt und daraus werden neue AirPad-Becher gemacht. Durch die Zusammenarbeit der Konsumenten, Bauern, Projektpartner und Verpackungshersteller schließt sich somit der Kreislauf des Recyclings, ohne dass neuer Plastikabfall erzeugt wird. Du fragst dich, wie du unser Projekt unterstützen kannst? Genieß einfach deine Schulmilch und stell danach deinen gebrauchten Becher ohne Ausspülen und ohne Deckel wieder zurück. Der gesamte Produktionskreislauf findet regional statt. Die Schulmilch ist somit ein Produkt, das zu 100% in Oberösterreich hergestellt wird und schon bald in ganz Österreich erhältlich ist. Immer und immer und immer wieder. So gut schmeckt Zukunft. Das war's. Du fragst dich, wie du unser Projekt bist. Untertitelung des ZDF, 2020